Hilfreich bei HWS-Problemen ist ein kleines Nackenstützkissen, das die Hals- und Nackenwirbelsäule unterstützt und entlastet. Das größte Risiko für unsere Wirbelsäule ist Bewegungsmangel und langes Sitzen, denn Sitzen bedeutet Schwerstarbeit für Muskeln, Sehnen, Bänder, Wirbelsäule und Bandscheiben. Muskulaturwirbelsäule und Bandscheiben müssen bei stundenlangem Sitzen erhebliche Haltearbeit leisten. Eine krumme Sitzhaltung, das heißt der Rundrücken, ist Ursache vieler Schmerzen. Im Kopf, im Nacken, in den Schultern, den Armen, im Magen, im Kreuz und in den Beinen. Ein wichtiger Beitrag zur Vorbeugung gegen Schäden für die Gesundheit ist das dynamische Sitzen, das heißt häufiger zwischen vorderer, mittlerer und hinterer Sitzpositionen wechseln. Das entlastet Wirbelsäule und Bandscheiben, entspannt die Muskulatur, engt keine Organe ein, fördert den Stoffwechsel und beugt Ermüdung vor. Kleine Pausen, wie zum Beispiel die Hände in den Nacken legen oder im Stehen telefonieren, das fördert die Durchblutung der Muskulatur, schont die Wirbelsäule, bringt den Kreislauf wieder in Schwung, verbessert die Atmung und regt den Stoffwechsel an. Regelmäßige Pausen während der Arbeit sollten zur selbstverständlichen Gewohnheit werden, damit die geplagte Wirbelsäule wieder ins Lot kommt.